Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blog. Immer noch hier aus der Schweiz, immer noch, wie man unschwer erkennen kann, vom Silberplanersee. Wir sind gerade auf unserem morgendlichen Spaziergang hier ins nächste Dörfchen, zur nächsten Bäckerei und dachten uns, wir filmen unsere restliche Schweiz-Reise bzw. die Heimreise auch zurück nach Deutschland ein bisschen mit und schauen mal, was uns noch so erwartet. Also wir wollen heute hier wahrscheinlich noch einmal eine Runde kiten gehen. Der Vlog jetzt wird sich wahrscheinlich ein bisschen mehr um so Vanlife und Reisen und auch so ein paar Shots vom Weg handeln. Vielleicht, wenn alles gut läuft, sogar noch ein paar Wakes sehen. Vielleicht fahren wir auf dem Weg nach Hause noch an einem Cable vorbei und testen mal noch ein neues Cable aus. Und ja, jetzt machen wir erstmal noch unseren Morgenspaziergang zu Ende und dann geht hoffentlich auch bald der Wind an. Bis gleich! Musik Musik Vielen Dank. So, wir sind zurück von unserem Spaziergang und ich bin gerade auch noch mal in den Silverplaner gesprungen, wie man vielleicht gesehen hat auf den Aufnahmen. Es war frisch, also ich habe gerade mal nachgeguckt, 12 Grad hat der Silverplaner gerade und tatsächlich dabei war es voll okay, aber danach habe ich gut gefroren. Aber ja, es war sehr schön erfrischend. Jetzt gibt es Frühstück. Um 12.12 Uhr. Wir sind seit 7.30 Uhr wach. Wir fasten nicht, aber wir sind immer sehr gut darin, spät zu frühstücken. Aber bei uns gibt es wie immer heute Shakes. Wir haben nämlich unseren Nutribullet dabei. Keine Werbung. Unseren Mixer könnte ich auch einfach sagen. Und das gibt es bei uns eigentlich jeden Morgen. Deswegen, let's go! Ein kleiner für Maxi und ein großer für die große starke Paule. Lass mich entstauben ein bisschen. Das ist nicht kamerawürdig. Proteinpulver. Chocolate-Peanut. Beste. Bananas. Warte. Jetzt haben die doch früher immer so Beauty-Videos gemacht, dass die so ihre Hand dahinter gehalten haben. Dann wird es fokussiert. Hagebuttenpulver. Für die alten Menschen gegen Arthrose. Und damit meine ich nicht mich. Und Wasser. Die Bäume, die fangen langsam an, sich zu bewegen. Heute ist es ein bisschen schwierig, weil der Himmel ist ziemlich bewölkt. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die Thermik heute durchkommt. Aber es kommt langsam. Seht ihr hier? Das Zeba, das bewegt sich. Musik 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 Bitteschön! Musik 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 Frühstück ist ready. Und der Campingplatz ist wach. Musik 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 Ich habe wieder ein Kaffeebad. Musik Kaffeebad. Es ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde später. Meines Mosi habe ich Intus wegbekommen. Ah ne, warte, natürlich der Große für die große starke Paule. Der Wind war zwischenzeitlich kurz mal ein bisschen da. Es waren auch ein paar Fäuler auf dem Wasser. Jetzt haben wir nochmal das Wetter gecheckt. Musik Und es sieht nicht ganz so entspannt aus, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Um 15 Uhr kommt leider Gewitter. Mano. Das wird ziemlich sicher den Wind sehr dolle beeinflussen. Und ich kann hier auch nochmal zeigen, es kommt auch nicht nur ein bisschen Regen, sondern es kommt gleich auch ein bisschen mehr. Dadurch, dass wir sowieso 17 Uhr hier vom Campingplatz runter sein müssen, werde ich jetzt nochmal schnell duschen gehen. Und dann fahren wir einfach weiter. Wir haben hier keinen Stress. Sehr, sehr schade, weil ich habe sehr, sehr genossen, hier am Silberplaner zu kiten. Aber was nicht ist, das ist nicht. Und wir packen jetzt schnell den Bus und dann geht's los. Zwei Stunden später. Wir sind jetzt auch mal ready abzufahren. Mittlerweile scheint die Sonne auch wieder. Eigentlich hätten wir auch bleiben können. Morgen ist hier noch perfekter Wind. Aber wir wollten ja jetzt nicht nur die ganze Woche hier am Silberplaner rumhängen. Deswegen fahren wir jetzt noch ein bisschen durch die Schweizer Berge bis nach Österreich. Legen dort noch einen kleinen Stopp ein. Und ich zeige euch dann dort, wo wir hinfahren. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf. Und bis dahin genießen wir noch einmal die Aussicht. Ich zeige es euch. Tschüssi Silberplaner! Kurzer Zwischenstopp. Wir machen jetzt hier unsere Mittagspause. Es ist um 6 Uhr abends. Sagen wir einen Snack. Wir haben jetzt heute aber nur unseren Smoothie getrunken. Und was gibt's? Richtig! Nudeln! Was gab's gestern Abend? Nudeln! Also wenn jemand krasse Campergerichte hat, die schnell gehen und gut schmecken, dann schreibt auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Österreich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesagt habt. Und dort werden wir nach Wakeboarden gehen, wahrscheinlich. Wir fahren zu Area 47 und da werden wir gleich noch weiterfahren. Ich zeige euch noch einmal den Ausblick und wie schön es hier ist. Dieser Ausblick hier, der Nudelessende Maxi, wirklich eine Seltenheit. Sieht man nicht oft. Das ist der Rest. Droneshots kommen jetzt! Guck mal, wen wir gefunden haben. Hallo! Zwei Bergziegen. Eine davon ist auf jeden Fall eine Bergziege. Zwei hängen zurück. Wir hängen zurück. Aber ist okay. Hallo! Wir sind angekommen in Österreich. Wo sind wir hier gerade? Wie heißt das? Wir sind hier gerade in Umhausen im Ötztal. Wir sind hier gerade schon berghoch geklettert. Jetzt geht es noch weiter hoch. Mal gucken, ob wir das schaffen. Hallo, Paule. Toll. Schön hier. Richtig schön. Ja, Paule. Sieht so klein aus. Ich bin auch eine ganz kleine Mini-Klettermaus. Da kommt ihr. Einmal für Mama, Paule. Hallo, Mama. Was ist aus dem Bild? Da baubelt sie. Da ist die Paule mit dem Bizeps. Wuhu. Da sind wir. Schön hier. Der Wasserfall. Über den Wasserfall. Hier ist die Aussicht. Schön hier. Ja. So, da geht es jetzt weiter nach oben. Da sieht sie cool aus. Sieht auf den Wasserfall. Und so sieht es da unten aus. Wie fühlt sich das an? Super. Ja, das ist immer. Da ist die Paule. Hier kommt das Wasser. Ja. 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 Dann Paule, was ist deine Rezension? Toll. War gar nicht mal so anstrengend, aber sehr schön. Wir sind fertig mit unserem Klettersteig erfrischt. Und jetzt müssen wir uns aber beeilen, weil wir haben noch mehr auf unserer Agenda heute. Kurzer Zeitsprung, wie man vielleicht auch sieht. Wir sind jetzt in der Area 47. Das ist hier in Tirol. So ein Riesengebiet mit so Spaß-Sachen. Also hier kann man wakeboarden. Hier kann man klettern. Hier gibt es so einen Wasserpark. Hier kann man Turmspringen. Hier kann man alles machen. Da seht ihr den Sprungturm, den Wasserpark. Es gibt einen Kletterpark. Es gibt Rutschen ohne Ende. Und wir haben uns dazu entschieden zu wakeboarden. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin. Wie viel Bock hast du auf wakeboarden? So viel Bock, dass ich jetzt eine halbe Stunde zu Fuß zur Wakeboardanlage laufe. Warm-up Klettersteig. Haupttraining Wakeboarden. Leute, das war schon genug Berg für heute. Habt's geschafft! Hallo! L Genau! Lepen-up Klettersteig! Das war die Arbeit! Das war's für heute! Gitarren-up Klettersteig! Dann kommt den Kopf und Test. есen, unseren Gitarren-up Klettersteig. okay! So Maxi, was sagst du? Ja geiles Kabel, stabiler Zug nach oben Was hast du heute gestanden? Ja, nur ein Backmob Na aber immerhin, drei Backmob sogar Also Kabel is approved Ich habe heute wirklich nichts gestanden, also wirklich zero Aber ich glaube ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass das linksrum dreht Und jetzt, was machen wir jetzt? Essen! Und was? Wissen wir noch nicht so genau Kaiserschmarrn Ja hoffentlich Kaiserschmarrn Also das wäre mein Best-Case-Szenario, dass es jetzt Kaiserschmarrn gibt Ich bin unendlich fertig, also wirklich Ich bin so durch, meine Hände haben einfach Blasen Und ich bin todesfertig Also heute morgen der Klettersteig und jetzt Wakeboarden Wie geht's dir? Super gut Ich bin fit, fit wie ein Turnschuh Wie geht's dein Muskelkater? Ähm, Wake awake Das ist das Beste Und again, ein kleiner Zeitsprung, wieder zurück aus Rostock Die restliche Heimreise verlief sehr unspektakulär Also wir sind, nachdem wir abends was essen waren Es gab noch Kaiserschmarrn Und es gab noch Käsespätzle Sind wir noch ein bisschen gefahren Bis kurz nach München Und dann sind wir einfach nur durchgeballert den nächsten Tag Also das war nicht mehr so viel dabei Und ja, mit dem Vlog war's das auf jeden Fall jetzt Es war ein bisschen was anderes als sonst Weniger Kiten Aber mir hat's trotzdem total Spaß gemacht Und mir hat's auch echt Spaß gemacht, den jetzt zu schneiden Ich hoffe, dass ihr auch ab und zu solche Sachen mögt Und dass ihr die trotzdem guckt Und dass ihr die trotzdem liked und followt und kommentiert Und ansonsten, wie immer, könnt ihr hier das letzte Video anschauen Hier ist Part 1 von Kiten auf dem Silberplanersee Und hier lasst mir sehr, sehr gerne ein Follow da Es kommen coole Sachen in nächster Zeit Genau Bis bald!